Direkt im Zentrum von Como, nicht weit vom Bahnhof entfernt, bietet das Parkhotel dem Touristen und dem Geschäftsmann einen angenehmen Aufenthalt in einem gepflegten und gemütlichen Ambiente mit der Garantie der Hoteltradition der Familie Grandi. Das Hotel verfügt über komfortable Zimmer, die mit jedem Service ausgestattet sind. Einen großen Saal für das Frühstücksbuffet, Entspannungsbereiche, einen Meetingraum und einen Privatparkplatz. Das Hotelpark ist der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge zum See. Untertitelung des ZDF für funk, 2017